ich habe es gesehen hallo hallo danke dass du mich bist ein bisschen rum fliegt es tut mir leid ich kann jetzt kommt fbi oder fbi wie die heißen kaum steig ein auf das auto zu treten und steig ein nein bitte kommen ich muss mein motorrad nicht verfolgt nein ich habe keinen bock auf wohl ich war gut was da wo sind die ganzen leute hier ja wo sind sie wohl weiß ich nicht sie warten auf uns ich wir können auch einfach hier jetzt aufhören und endlich unseren den scheiß kümmern wir deswegen hierher gekommen sind fahr mal ins gras und nicht zu dem bullen der vor uns fährt doch ist ein schnauze aber gern dabei gewesen wäre faust also was soll ich da sehen seht ihr das rote blinkende sachen an der seite also hast du da was reingeworfen oder was auf der rechten seite ich habe keinerlei piloten skills das merkt man wie sehr der heli halt wackelt egal ich habe falsch und das passt ja man sollte auch einfach ins auto steigen zu uns und dann haben wir dieselben sterne das ist ja gut ein auto hat mich getötet von der seite ach man du hör auf jetzt schlecht sich aber schau was ich jetzt hier machen aber sie müssen irgendwas zerstören weil schon weil ich der panzer ok dann fahren wir jetzt ich bin panzer hin ja warum nicht sicher sicher schnell es ist halt echt langsam wenigstens geht es nicht auf zeit ja das stimmt da gibt es genug mission die noch auf zeit gehen werden wir werden wir jetzt aber warte jetzt gehen wir erst mal dahin da geradeaus die garage müssen wir aussteigen das mache ich steig halt schon aus einfach da stehen fortschreit alter ok wir können nur rein vernichte die fahrzeuge gut dass ich haftbombe also die schönen autos naja ich habe ja auch noch mal auf kokos drauf geworfen ist übrigens benzin wir können die einfach abfackeln schnell mich die zwei hinten abfackeln ok schau was ich mit dem weißen jetzt machen alter 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 man hat ja eindeutig zu viel geld gegeben kommt er mit laser waffen an halt so jetzt schießt auf das bin habe ich und jetzt fängt dann ja aber es brennt doch nur erwartet es wird schon auch eine schon weg ja ist noch so wie geht der ding das dreht sich in der luft wie geht der san andreas gut sticht den ab sticht der vorsicht bitte das explodiert doch jeder weg das ist das nicht zwingt ja dann stehst doch weiter ab vorsicht alter nichts wegen dass es explodiert musik denn ich habe noch ein blaues auge wegen dir aber da keine stichverletzungen mehr alter wie geil das soll kids sein wie geil ist das dann allein ich brenne ich habe nur noch eine tech nein ich habe alles verschwendet ich habe shotgun eine usi ja mit dir braucht man nicht reden du hast eine laser war zu warten bisher mal kommt weil er der chillt halt okay also wird panzer steht davor also dann ab in dem panzer würde ich jetzt mal behaupten darf ich auch mal fahren geht es ihr weiß ja ich kann irgendwie nur daneben im einschein vorsicht überfahrt die einfach holt ihr die gp was wollt ihr machen wir sind riche motherfucker willkommen mit panzer leute ich bin richtig ins schützen gekommen ich dachte wir schaffen es nicht es war ein netter aus eine level 1 mission mit einem 30 millionen das mal ein ding machen rennen oder so fahren noch okay ich nehme den hobby mclaren den t20 weiß sagt wenn ihr fertig seid ja okay ich drehe einfach mal komplett durch es sieht nett aus sony du wichser wo geht ja san andreas die auto sind aber nett wo ich habe den verkehr doch nicht so hoch machen sollen aber ich dachte wir fahren so ein absolut krasses rennen weil ich so mit fliegen und allem drum und das kann man auch so wie gerammt mit dem stil das stimme ist wahrscheinlich wegen dem regen noch die hat der breite ewig ja man gut ja und alles passt das aber der der kriegt halt keine geschwindigkeit auf nein das scheiß auto ich war so nah als vonis arsch ach scheiße man ich hab mir riesen auf da nie gesetzt du bist sein vollidiot danke für euer geld okay und jetzt haut es mich aus ich hatte so jetzt bin ich im ziel ich habe ich habe 1000 euro auch auf mich gewettet über in der mitte bis oben in der mitte schauen wie es da schon beginnt oh gott es rutscht wieso ist die straße noch nass ok jetzt das geld ist alles so was ist das denn alter dreht sich nach bewegen ja ja danke herrmann brache und belieber wird auch gott daniel ok jetzt komme ich wenigstens wieder ran nachdem herrmann mich auseinandergeballert hat das war nicht mal absicht aber es sah gut aus wo wurde ich jetzt gegen diese einen posten der sich nicht um es ging den fahr ich bitte ich hatte echt angst das sieht kurzzeitig so aus dass du es gar nicht rüber schaffst nein mein auto dreht sich und das war es ja herrmann ist da alter wie ja ja es fühlt sich so gut da ist dein schnauze da ist dein schnauze oder wollte ja ok komm lass mal so ein gescheites rennen machen ja auspuffrohrer halt neben den leuchten links und rechts oh gott oh gott das schlimm ist dass da kein ding ist alter alter nein ich stecke fest keine ahnung ich bin es weiter warum auch immer hast du ein ding vergessen was schon ding vergessen ich frage ich wollte du hast ein teil vergessen mitzunehmen was hat er gemacht er ist extra gegen mich gefahren beim umdrehen was ein arster ach komm durch y lang dann hättest du ja bin ich aber so nicht ganz so kurz warten kann so kurz warten auf wen hast du gesetzt wenn du die ganze zeit will auf ihn wohl auf mich optimistisch optimistisch ich selbst gerade nur auf mich ihr habt nur einmal gewonnen aber diesmal habe ich auch auf sich gesetzt was meine aktuelle vollidiot ja aber er hat er hat mich gefällt obwohl er auf mich gesetzt hat also viel geld wie er hat verstehe ich schon aber ich bin sogar recht nahe dran gekommen ja weil ich mich vorher noch angehalten habe aber man wollte mich in der ecke ficken und den asol reingejagt schade schade bis zum nächsten Mal